servus und willkommen zu einer neuen folge von minecraft wie groß ja wir möchten heute unseren attunes stone bauen das heißt ich brauche jetzt mal einen eimer ist noch einen eimer voller lava und ja ich habe gesehen dass ich einen hatte aber ich wollte trotzdem einen anderen so ich wollte mal gucken wie geht es denn unsere lava die ist auch schon einigermaßen platt und ich bin und ich bin und im ich bin ich bin ich bin ich bin na super sollte natürlich nicht den kompletten Boden rausrupfen wenn ich hier noch ab und zu rein muss hat aber den Vorteil dass ich spawning kann ok, das heißt jetzt ich brauche einen Lava Bucket ich brauche einen Whiff of Magic und ich brauche einen Draconic, ich glaube andersrum und ich habe einen Tune Stone sehr schön habe ich nochmal zwei und das ist doch schon mal sehr schön Distilled Sunshine, not really Distillery brauche ich für die Distillery brauche ich Clay Jar, zwei Stück Gold den brauche ich auf jeden Fall so, das heißt ich brauche dich ich brauche zwei Gold ich brauche eins, zwei, drei, vier, fünf Eisen waren noch fünf mehr waren vier ok, egal so, dahin dahin und ich brauche zwei Clay Jars dürfte eigentlich auch kein Problem sein aber lassen sie und ich habe die Distillery so Detection Task Oil of Vitrol so, ich hätte mal gesagt ich stelle dich hier hin ich hoffe, dass das so zunuckelt so, nimm mal ein paar Clay Jars raus und schmeiß die da rein so, und ich brauche nämlich auch einmal muss ich aber schauen vielleicht geht das jetzt sogar nein, der ist noch nicht aufgegangen ja, vielleicht muss ich die erst abschließen ähm Oil of Vitrol wie stelle ich dich her ich brauche dafür Full Fume dafür muss ich Oak Locks ähm durchbrennen oh, oh ich werde momentan keine doch, ich habe ein bisschen was ich hoffe, dass es reichen wird so, du kommst da rein du kommst da rein ok, was brauche ich weiter dann brauche ich Quick Climb sozusagen das Zeug was ich gerade das Quick Climb brauche äh gerade rein habe ich da eigentlich eine prozentuelle Chance oder kriege ich das definitiv ich hoffe, dass ich das definitiv bekomme so, Charcoal das heißt, ich werde jetzt meine Zukunft meine Charcoal nur noch hier machen oh oh ja muss ich nur noch schnell lesen äh sagt bloß ich brauche jetzt ein Altar das wäre natürlich wunderbar weil, ähm ja soweit bin ich leider noch nicht ähm habe ich denn hier ein Buch irgendwo rumfliegen ich habe mir doch von ich habe doch von Witchery ein Buch bekommen oder ist das automatisch im Bookbinder gelandet Witches Bruce ähm okay okay jetzt müsste ich halt wissen wie eine Distillerie funktioniert hohohohohoho ich vermute aber dass ich wirklich ähm Altar brauche hier steht auf jeden Fall nix drin ähm hier steht auf jeden Fall nix drin so das heißt ich brauche auf jeden Fall auch noch ein Altar steht da nix vom Altar drin spring okay ähm den Altar wie baue ich denn den Altar Witchery Altar dafür brauche ich Exhale of Hornet Peace of Goodies oh man ich habe Vergewood habe ich nicht viel ah ein bisschen was oh man das heißt ich muss mir jetzt auf jeden Fall noch den Altar bauen ähm du musst raus okay so das heißt ich brauche jetzt dich ich brauche zwei Rogan dahin ich brauche hier Stone Bricks habe ich da noch welche wenigstens mal was was aufgeht ich brauche eine Wasserflasche jetzt die Bottles Bottles habe ich irgendwo hingefallen ups einen daneben so die Altar Zepplinge schmeiße ich hier rein so und ich brauche den da ich wollte gerade sagen jetzt mal nicht dunkel wenn ich rausrenne getäuscht ist nur gerade der Mond aufgegangen so und dann kommt dahin dahin ähm so jetzt muss ich nochmal gucken witchery so das heißt jetzt das da das heißt ich brauche äh Wolf of Magic und davon habe ich keine mehr ach nein ist doch gerade doof aber ich stelle meine Vermutung auf ich werde davon zwei brauche äh vier Steine brauchen oder so hm nein ich brauche drei und zwar zweimal klasse ähm das heißt ich brauche noch meine Wasserflasche hier dann brauche ich auf jeden Fall was zum essen was brauche ich für dich Oak Sapling hab ich nur noch vier gerade scheiße oder ähm na oh Gott sei Dank ich hab hier noch acht langsam geben wir die Kohle aus so so okay 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 das habe ich das habe ich das heißt ähm derzeit wo der durchläuft alles vorbereiten dass nur noch das fehlt ähm ähm ich brauche vier Steine ich brauche zwei Roben das wird zu Bricks die kommen hier hin die kommen hier hin da hin da hin und ich habe noch mal drei okay ähm dadurch dass ja Botania jetzt weg ist kann ich jetzt erst mal Witchery hier ähm aufstellen so heißt jetzt aber auch gleich von mir Mackel ja lasse ich mal hier Distillerie nehme ich mit aus da hin da hin da hin da fängt das Arbeiten an sehr schön so das heißt jetzt aber auch ich brauche noch einen Skelett Kopf und warum wieso das halt ich sehe es nur auf dem Bild da rum ich habe keinen ne ein Skelettschädel ah die höpfen mir mal rum die Skelettschädel darum habe ich keinen aber gleich geändert da hab ich ein hm hm ah okay ich äh vergröße das ist somit die äh Produktion von was auch immer der herstellt so ich habe jetzt Oil of Vitrol Pick one äh 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 Clay Jar klar okay und jetzt brauche ich äh Tree Fight Seed er ist nämlich auch das was ich brauche für die für den für den anderen ich müsste dafür ziemlich viel drin haben und ich merke gerade ich muss unbedingt äh mir eine manuelle Baumform aufstellen ist äh ja es bringt nichts mehr ich komme nicht mehr klar damit so das heißt jetzt ich brauche dich hier ich brauche Mutandes so das heißt ich brauche jetzt ähm meine Cauldron mein Netherrack mein Feuer Teug lege ich jetzt auch dann da draußen hin ok so dann brauche ich ah den Eimer habe ich doch wieder bekommen weiß ich da mal Wasser rein keine Ahnung ob das blubbern wird hörst du auf da zu brennen ok so das heißt jetzt ich brauche äh Niederwarzen und was brauche ich noch äh das ist einer ich brauche vier äh kann ich Niederwarzen irgendwie herstellen ja ok könnte ich ja dann ist mir egal dann benutze ich jetzt alle vier ich glaube ich habe sogar die Niederwarzen Pflanze schon von Agri Kraft gemacht bin mir nicht sicher das heißt jetzt das heißt jetzt das heißt das heißt jetzt dass ich schon wieder vergessen habe was ich brauche mutandes stück heißt ich brauche noch mal einmal wasser dann heißt es jetzt und es zaubert jubi zaubert feuer daneben sehr schön oh das heißt ich brauche komplett immer drei eimer wasser bis ich dich bekomme da mal eins zwei und zwei gleich wieder wasser holen auch oder von vier jetzt passiert hallo bin ich jetzt ein zwerg oder was denn paralysiert warum magie oder was drei glaube ich zauber gerade so viel wenn wir paralysiert er mag das nicht er mag mich nicht bin es auch ja auf möchte nicht wissen was jetzt passiert jetzt passiert natürlich gar nichts ist klar das heißt jetzt ich habe das ist das buch ich glaube ich bin jetzt total verblödet gibt es hier lustige kopolde die wo mir die sachen klauen aussieht gut aber ich werde es sowieso nicht mehr in dieser folge leider schaffen da mir jetzt auch noch mal ein buch verschuldet ist ich habe bestimmt irgendeiner geklaut weil er es gebraucht hat das war von ich habe den mod vergessen ähm 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 runde visage sehr schön ich weiß nicht in den hauptmod von dem spiel ähm hardcore weiß er und zwar holz charcoal und stick ok dann habe ich jetzt alles vielleicht taucht es ja wieder auf jetzt habe ich wieder neues so und das heißt ähm ich brauche ja diese ähm lustigen sachen hier und die werden wir dann das nächste mal machen im sinne ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen bis zum nächsten mal ciao tschau tschau tschau